Sehr, sehr kompliziert. Man muss sehr konzentriert sein. Über 90 plus drei, vier Minuten. Und wie gesagt, du darfst dich nicht aus den Augen lassen. Dann wird es gefährlich. Es wird ein sehr intensives Spiel. Köln, die Mannschaft, die mit Abstand die meisten Flanken schlägt, viele Tore mit Kopf erzielt. Modest natürlich hier im Mittelpunkt, wo du im Strafraum viele Luftduelle, viele Zweikampfkämpfe hast. Wir freuen uns auf eine neue Folge im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed vor der Auswärtspartie beim FC in Köln. Wenn wir uns mal die tabellarische Situation anschauen, dann sieht diese wie folgt aus. Der 1. FC Köln auf Rang 8 mit 32 Punkten und unsere Eintracht auf Rang 10 mit 31 Punkten. Wichtig wird am Wochenende vor allem sein, den Anstoß an die oberen Tabellenplätze zu halten. Blicken wir dabei mal auf unsere Gegentore. Sehen wir, unsere Eintracht hat bislang 33 Tore geschossen, aber 34 Gegentore kassiert. Allein zehn Gegentore davon resultierten aus den letzten fünf Spielen. Das heißt, das Defensivverhalten unserer Eintracht war in den letzten Partien eher inkonsequent. Redebedarf bei der Eintracht. In den letzten Partien fehlte die Stabilität in der Defensive. Das 0 zu 2 gegen Wolfsburg war die dritte Heimniederlage in Serie. Hinzu kommen zu viele Gegentore und eine unglückliche Phase beim einen oder anderen Spieler. Zu viele eigene Fehler und unnötige Ballverluste in gefährlichen Zonen. Ein Beispiel, die Gegentore gegen Wolfsburg. Der Gegner kommt zu einfach zu seinen Möglichkeiten und Treffern. Nun gilt es, die individuellen Fehler zu minimieren und das Vertrauen in die eigenen Stärken zurückzugewinnen und zu bewahren. Denn, dass unsere Jungs das können, haben sie hinlänglich bewiesen. Zusammenarbeiten, zusammenhalten und zurück zur Form vor dem Jahreswechsel kommen. Helfen dabei sollen viele Gespräche, Analysen sowie positive Aktionen im Training und im Spiel. Am besten schon im Topspiel beim 1. FC Köln. Denn die Aufgabe für Oliver Glasner und sein Team liegt auf der Hand. Ja, wie finden wir zurück zu alter Stabilität, Alex? Schön, dass du da bist. Die Frage richte ich einfach mal direkt an dich. Genau, du startest auch gleich mit der schwierigsten Frage. Ich denke mal, wir haben ein sehr, sehr aufwendiges Offensivspiel. Wir rücken sehr, sehr gut nach mit allen Positionen. Jeder will sich am Offensivspiel beteiligen. Bedeutet natürlich, dass man auch extrem weit auffächert, viele Räume gibt für den Gegner. Und dass wir bei einer Fehlerlastigkeit dann auch entsprechende Räume bieten für Konter. Wie kommen wir dahin zurück, dass wir wieder die Null halten hinten? Ich denke, wichtig sind die individuellen Zweikämpfe. Da müssen wir wieder stärker ranrücken an den Gegenspieler, wenig Raum lassen. Gerade auch die Bälle, die gespielt werden in die Tiefe, die müssen sofort attackiert werden. Und am Ende des Tages wäre es natürlich gut, wo es möglich ist, den eigenen Spieler auch zu unterstützen mit dem Doppeln, wo es möglich ist, wie gesagt. Du hast die Zweikämpfe bereits angesprochen. Einer, der eigentlich sehr gut in den Zweikämpfen ist, ist unter anderem Martin Hinteregger. Er sah jetzt zuletzt gegen Wolfsburg eher ein bisschen unglücklich aus. Was glaubst du, wie kann er wieder zu alter Form finden? Genau, in dem Wort unglücklich steckt ja auch drin, dass er vieles richtig gemacht hat in dem Spiel, aber an den beiden Toren leider beteiligt war. Ich denke einfach, dass er in Zukunft ein bisschen mehr konzentriert sein sollte in diesen Aktionen, dass diese unglücklichen Situationen gar nicht entstehen. Und dann wird er automatisch wieder in sein Spiel zurückkommen, weil er ist sehr, sehr schnell und hat einen sehr, sehr guten Zweikampf, sehr, sehr gutes Kopfballspiel. Also ich mache mir da keine Gedanken. Nur muss man natürlich auch von Trainerseite, von der Teamseite heraus ihn auch stärken, ihn gutreden, ihn auch spielen lassen, sodass er wieder, wie gesagt, über die Aktionen in seine Spur findet. Du als ehemaliger Abwehrspieler kennst es ja vielleicht. Ich sag mal, Stürmer, die suchen sich ihre Stärken immer so ein bisschen darin, indem sie Tore schießen. Woraus zieht sich denn ein Abwehrspieler vielleicht diese Stärke? Ja, es ist im Prinzip, wenn ich jetzt die Situation jetzt von Hinti nochmal nehme, es ist immer so, dass du versuchen musst, über die Basics deine Stärken zu finden. Das heißt also, in dem Moment, wo du den körperlichen Zweikampf führst, kannst du dir im Prinzip die Punkte holen für dich selber, für das Selbstbewusstsein. Und so muss es ein Abwehrspieler machen. Das heißt, in dem Moment, wo er Zweikämpfe gewinnt, steigert das sein Selbstbewusstsein. Und dann ist er auch in Offensivaktionen viel präsenter oder in Absicherungssituationen präsenter, weil er im Prinzip das Selbstbewusstsein natürlich alles ist. Aber zurück zu den Basics. Ein Abwehrspieler muss verteidigen. Das muss funktionieren und in der Offensive einfache Pässe und über die Basics dann zum Komplizierten. Neben Martin Hinteregger haben wir aber auch noch Makoto Hasebe. Der könnte eventuell am Samstag auch eine Option sein. Wie wichtig ist denn jetzt Makoto für die Mannschaft? Makoto ist ein absoluter Stabilitätsfaktor, ob er jetzt auf der Bank sitzt oder spielt. Er ist unglaublich wichtig, gerade für die jungen Spieler, die immer mitzunehmen. Und mit seiner Erfahrung sozusagen, er weiß immer, was er machen muss auf dem Spielfeld. Und mit seiner Erfahrung, wie gesagt, stützt er die anderen Positionen neben sich. Bei Köln wird Modest gegebenenfalls auch eine Option sein. Er war jetzt lange an Corona erkrankt, ist aber seit gestern wieder zurück im Training. Was ist er für ein Spielertyp? Modest ist eine Tormaschine. Das muss man sagen. Nicht nur, weil er so viele Tore macht, sondern von seinem gesamten Bild als Stürmer. Er ist ein sehr robuster Stürmer, der unglaubliche Geschwindigkeit in der Tiefe hat, der eiskalt vor dem Tor ist, der auch sehr zielgerichtet mit seinen Aktionen, der ein überragendes Kopfballspiel hat. Und auch sehr, sehr viele Kopfballtore schon gemacht hat in der Saison. Und ihm darfst du im Prinzip keine Aktion geben, keinen Raum geben, damit er im Prinzip zum Torabschluss kommt. Sehr, sehr kompliziert. Man muss sehr konzentriert sein. Über 90 plus drei, vier Minuten. Und wie gesagt, du darfst ihm nicht aus den Augen lassen. Dann wird es gefährlich. Ich habe mir seine Leistungsdaten mal angeschaut und zusammengetragen. Und zwar hat Anthony Modest in dieser Bundesliga-Saison 2021, 21 Bundesliga-Einsätze, 14 Tore und eine Torvorlage. Ist zudem Kopfball stark. Das heißt, was können wir von ihm am Wochenende erwarten? Ja, erstmal blöd, dass er spielt. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch für die Verteidigung gut, weil sie kann sich wirklich an so einem Spieler abarbeiten. Und man weiß ja dann auch, wenn man so einen Spieler dann ausschaltet, wenn er kein Tor macht, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel auch gewinnst. Wen wir am Samstag vielleicht stellen könnten, um ihn auszuschalten, lass uns das mal an der Taktik-Tafel besprechen. Gerne. Alex, du hast vorhin schon mal unsere Taktik-Tafel präpariert und hast teilweise drei Positionen mit je zwei Optionen besetzt. Warum und wen würdest du davon stellen? Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, welche Option der Trainer jetzt am Wochenende gegen Köln wählt. Ich gehe davon aus, dass Hinteregger aufgrund der Fitness spielt und auch aufgrund dessen, dass wir ihn im Prinzip das Rückgrat stärken müssen. Wir lassen ihn im Team, dass er sich halt gegen Modest aufreiben kann und dass er, wenn er Modest ausschaltet, sollte er wieder der Alte sein. Massebe haben wir immer als guten Backup dann auf der Bank. Ich würde jetzt mal auf den Positionen die offensivere Variante nehmen. Deswegen, auch wenn es mir schwer fällt, Lenz raus, weil er gute Spiele gemacht hat und Danny raus, der im Prinzip auch nicht schlecht gespielt hat. Aber das ist die Option, die Folgendes hat. Wir haben jetzt eine Flügelzange, die beides hat, die vor allen Dingen Wege nach hinten hat, aber auch nach vorne und vorne eine sehr gute Aktion. Und ich finde, Knauf, als er reingekommen ist, hat aus seinen fünf, sechs Aktionen wirklich vier, fünf gute gehabt. Auch zielgerichtet in den Strafraum und war immer gefährlich, auch für den Gegner. Eingaben waren gut, mutige Eins-gegen-eins-Situationen und das ist das, glaube ich, was wir brauchen. Wenn wir jetzt mal schauen, Köln hat natürlich ein sehr starkes Zentrum. Hinten mit der Viererkette wird gegebenenfalls für unsere Offensive vorne auch schwer durchzukommen. Was glaubst du, wie könnte das Ganze aussehen? Wie können wir dieses Zentrum knacken und dann auch hinten defensiv? Genau, gegen Wolfsburg war es ja so, dass Wolfsburg mit drei hinten gespielt hat, hat im Prinzip nur zwei im Zentrum gehabt. Mit Duda, Özkan und Skiri haben sie drei im Mittelfeld. Ja, auch ein gutes Mittelfeld, gutes Zentrum. Wichtig ist hierbei, und da kommt Lindström und auch Karmade, eine wichtige Bedeutung zu, dass wir in diese Position kommen, ja, im Aufbauspiel. Und wenn diese Position erreicht ist, dann hat hier der Außenspieler die Möglichkeit, Räume zu haben, weil in dieser 2 gegen 1 Situation ist der Verteidiger blockiert. Entweder er rückt raus, dann ist die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen oder er ist blockiert, weil der Halbstürmer sozusagen auf diese Position zutrippelt. Und dann ist die Möglichkeit, hier in den Raum zu spielen und gleich die Flanke reinzubringen. Also, wichtige Position hier für die Außenspieler, wie gesagt, die Halbposition zu bespielen und permanent. Du gehst jetzt aber viel über links, was ist mit der rechten Seite? Weil du auf der rechten stehst, dann könntest du das selber über die rechte Seite zeigen. Genau dasselbe Spiel, weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, Knauf kann man nicht 100% mit Kostic vergleichen, aber seine Stärken liegen auch in der Offensive, im 1 gegen 1. Und die Eingaben haben auch gezeigt, dass er das Verständnis hat, wo muss ich hinflanken über den ersten Verteidiger oder in den Rückraum flach oder ich gehe mal hier in den 1 gegen 1 rein. Oder Lindström kann hier auch mal hinterlaufen, das macht Kamada eher weniger, weil er eher ein Zentrumspieler ist, aber hier ist Lindström auch einer, der mal über den Flügel kommen kann. Also, wie gesagt, diese Situation hier ist das Ideale für den Außenspieler und hier kann im Prinzip was passieren über Außen. Ist immer gefährlich, auch für eine Vierkette, wenn diese Position erreicht wird. Ich bin immer ein ganz großer Fan davon, vielleicht den Experten prognostizieren zu lassen, wie es am Wochenende ausgehen könnte. Das heißt, was ist dein Tipp am Samstag? Also ich glaube, wir werden aufgrund der letzten Spiele, wo wir, wir hatten sicherlich gegen Stuttgart auch so mit Russisch das Spielmomentum. Aber ich glaube, wir sind nicht für ein gutes Spiel gegen Wolfsburg zwischen den Strafräumen belohnt worden, weil wir vorne nicht durchschlagskräftig waren. Jetzt sind wir erst am Wochenende und deswegen gewinnen wir 3 zu 1. Und Modest macht nicht das Tor. Hoffentlich. Alex, ich danke dir für deine Expertise. Schön, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ich danke dir. Was die beiden Cheftrainer von der Partie am Wochenende erwarten, das haben sie am Donnerstag bei der Pressekonferenz verraten. Ich glaube, es ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut auch in der Saison schon bewiesen hat, dass sie mit solchen schwierigen Situationen umgehen kann. Ich glaube, sie hatte eine sehr, sehr schwere Anfangs- oder eine Anfangsphase, die nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Dann sind sie sehr, sehr gut reingekommen und deswegen wird das ein Spiel auf Augenhöhe. Das ist uns bewusst. Es wird ein schwieriges Spiel und wir wollen einfach die Punkte hier behalten. Aber das ist eine gefestigte Mannschaft, die sehr, sehr viel Qualität hat, gerade auch im Umschaltspiel. Sehr direkt ist, sehr klar ist, sehr, sehr gut hinten verteidigen kann, gut bei Standards ist. Also eine richtig gute Bundesliga-Mannschaft, die uns dann dementsprechend nicht nur alles abfordern wird, sondern wo es ein Spiel auf Augenhöhe ist. Wo beide Mannschaften, davon gehe ich aus, gewinnen wollen, ihren Fußball umsetzen wollen, durchsetzen wollen. Und deswegen hoffe ich, dass es nicht nur ein spannendes Spiel wird, sondern auch ein gutes. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir dann trotzdem die Punkte hier behalten. Es wird ein sehr intensives Spiel. Köln, die Mannschaft, die mit Abstand die meisten Flanken schlägt, viele Tore mit Kopf erzielt. Modest natürlich hier im Mittelpunkt, wo du im Strafraum viele Luftduelle, viele Zweikampfkämpfe hast. Also wir gehen davon aus, dass es am Wochenende eine spannende Partie wird. Wenn wir die Zeit mal ein bisschen zurückdrehen, genauer zurück in die Saison 2017-18, dann erinnern wir uns auch an das letzte gewonnene Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. In der 21. Minute spielte Dominic Maro einen schwachen Rückpass, den Timo Horn zwar klärt, aber Mijat Gacinovic dabei im Strafraum foult. Die Eintracht geht in der 22. Minute durch diesen Treffer in Führung. Sébastien Allaire verwandelt den Strafstoß eiskalt ins untere linke Eck. Der Treffer war auch sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt. In der 28. Minute greifen dann die Gegner wieder an. Cordoba scheitert aber zweimal an Abwehr und auch an Keeper Lukas Radecki. Simon Zoller kam mit seinem Nachschuss an unserem Kämpfer, an Makoto Hasebe, nicht vorbei. Elf Minuten vor dem Ende dann nochmal die letzte Chance für die Kölner. Osako vergibt hier eigentlich eine große Torchance. Die Partie ist dann aber mit einem 1 zu 0 Sieg für unsere Adler beendet. Ein kurioser Fakt noch zu dieser Partie. In den letzten 20 Jahren war dies der letzte Auswärtssieg, den wir in Köln einfahren konnten. Aber kein Grund zur Unruhe, denn unsere Eintracht ist zurzeit das viertbeste Auswärtsteam der Bundesliga und ist auswärts bereits seit drei Bundesligaspielen ungeschlagen. Der ein oder andere von euch wird es bestimmt schon mitbekommen haben. Merle Frohms, die wird den Verein bedauerlicherweise im Sommer in Richtung Wolfsburg verlassen. Dafür konnten wir aber eine weitere Stammspielerin und das ist keine geringere als Gini Kirchberger für weitere Jahre hier in Frankfurt verpflichten. Wie es ihr gerade geht, wie ihre Genesung verläuft, das haben wir mit ihr besprochen. Gini, du bist nach deiner Verletzung mit deinem Schienen- und Wadenbeinbruch Anfang Dezember jetzt hier wieder zur Länderspielpause sozusagen in Frankfurt. Wie geht es dir denn aktuell? Mir geht es mittlerweile sehr gut und ich bin auch jetzt schon in der Reha hier in Frankfurt und ich mache auch jede Woche Fortschritte, also passt alles soweit. Super, das klingt gut. Du wurdest kürzlich ein zweites Mal operiert, dir wurde eine Platte rausgenommen. Wie geht es denn jetzt weiter? Was sind denn die nächsten Schritte und wie sieht der Zeitplan auch aus? Ja, also meine Verletzung ist schon ziemlich komplex. Also ich glaube, das war mir selber am Anfang gar nicht so bewusst. Aber so einen richtigen Zeitplan gibt es eigentlich nicht, weil man schauen muss, wie ich die Belastung halt einfach vertrage und wie es mit meinem Fuß weitergeht. Aber grundsätzlich darf ich jetzt Ende der Woche zum Laufen anfangen. Also das ist schon ein großer Schritt jetzt mal in die richtige Richtung. Wie sehr freust du dich dann schon aufs Laufbahn zu dürfen? Sehr, muss ich sagen. Also früher, also man mag ja eigentlich Läufe nicht so gern, aber ich muss sagen, ich freue mich das erste Mal glaube ich so richtig drauf. Ich drücke dir dafür auf jeden Fall schon mal die Daumen. Der Verein hat jetzt kurz nach deiner Verletzung dennoch den Vertrag verlängert. Das ist natürlich auch ein wichtiges Signal oder für dich? Ja, voll. Also dieses Vertrauen zu spüren trotz einer Verletzung ist natürlich super und hilft mir halt enorm jetzt auch bei meiner Reha und ich kann es gar nicht erwarten, das am Platz zurückzugeben. Genie, für dich erstmal alles Gute. Schön, dass du hier bei uns bleibst, deinen Vertrag verlängert hast und auf deinem weiteren Weg zurück auf den Platz. Viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Ja Genie, wir wünschen dir erstmal eine gute und schnelle Genesung und dann viel Erfolg für die nächsten Jahre hier bei uns in Frankfurt. Das war's wieder mit im Herzen von Europa präsentiert von Indeed. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Hat Spaß gemacht mit Indeed. Stolzer Hauptsponsor der Eintracht. Tschüssi. Böck ressaltt. Tschüssi. Schön, dass ihr dabei habt.